So, hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Metal Blob Solid. Letzte Folge haben wir uns ja verzweifelt an diesen überfluteten Tunnel Teil 3 probiert, deswegen machen wir dieses Mal einfach die überfluteten Tunnel Teil 4, dazu haben wir die Infos noch nicht gelesen. Hier brauchen wir die Aqualunge, wunderbar. Ist ein bisschen anders als die anderen, weil es noch nicht überflutet wurde. Das jedoch ist eine schlechte Sache, weil um alle Mias zu retten, muss Blob den Wasserlöffel anheben. Oh je. Es gibt einige Maschinen in diesem Gebiet, die mir helfen, Wasser in dieses Gebiet zu pumpen. Und, ähm, sie scheinen kaputt zu sein, aber einige alte Zahnräder sollten dem plötzlich helfen. Also plötzlich überhaupt nicht, sollten ihnen wahrscheinlich helfen. So, wir legen einfach los. Ähm, ich brauche vier, nein, nichts vier, acht. Acht Mias. Zwei Dynamitstangen. Wasserlevel anheben. Zum Hauptpumpenraum kommen. Das Tunnelsystem verlassen, es ist schon jemand gestorben, wunderbar. Und, äh, den Wasserkugel, den Kugel, genau. Äh, Scherbe finden. So, egal. Wir legen einfach los. Da wird nicht lang gefackelt. Äh, ich sollte meine Steuerung anschalten, genau. Wir brauchen hier nach wie vor ein uraltes Dingens. Wie schön, wie ich da nichts eingesammelt habe. Brosse, Brosse habe ich noch nicht. Hier gibt es einen Ausgang. Da will ich eigentlich noch nicht hin. So. Ist mir egal, da will ich jetzt einfach mal rein. Ah! Eine Schaukel. Eine Schaukel, ein Lift. Meine Fresse. Und Maschinengewehr mitgenommen. Ob ich das jetzt so gut finde? Ähm. Irgendwie steht hier gerade eine Flasche im Weg. Ja! Äh. Genau. Ah! Na, egal. Uh, ein bronzener Schlüssel. Äh, das hätte ich vielleicht früher machen sollen. Da hätte ich einiges in Zelt sparen können. Apropos, ich weiß gerade gar nicht, wie lang ich jetzt hier eigentlich schon aufnehme. Ach ja, das ist immer das, wenn man einfach anfängt. Egal, ich mache jetzt, ab jetzt 15 Minuten. Äh, machen wir 10. 5 Minuten haben wir sicher schon. So, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. So. Na dann, laufen wir doch da einfach mal rein. Und ich hätte gerne wieder eine ganz normale Pistole. Hier, hier, ha, 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 ha. Perfekt. Die schießen Raketen, die mag ich nicht so. Und da sind komische Waffen dabei. Okay. Nur halt einen Schlüssel brauche ich da. Jetzt habe ich natürlich Kirschen verpasst. Hier auch wieder. Komm, 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 verreck. Gib mir Kirschen. Nein, gib mir keine Kirschen. Und auch Maschinengewehr. Das mag ich jetzt gerade gar nicht. Ah, Kirschen. Zumindest eine. Ist zwar nicht unbedingt nötig, aber. Äh. Ich habe gerade Spaß, oder? Ach ja. Ich habe gerade mal wieder. So. Dann gehen wir doch mal da runter. Lösen den Lift aus. He, he, he. Dachte ich mir. Und da haben wir einen uralten Schlüssel. Und hier haben wir schon den ersten Mia. Das finde ich doch toll. Ja, nicht? So. Aber ich könnte Gesundheit vertragen. Das heißt, ich brauche Gegner. Oder noch besser Opfer. Brause. Habe ich nicht einen Brause nehmen? Ah, nein. Den habe ich da hinten ja benutzt. So. Da habe ich den Orb. Also, die Scherben von dem Orb. Oh, wie vier. Oh, je. Oh, je. Deswegen, weil die Spinnen hier natürlich wahnsinnig nervig sind. Oh, so eine ist das. Und die gibt mir nicht mehr Gesundheit. Und die auch nicht. Gesundheit. Ah, Gesundheit. 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 Vielleicht sollte ich ihn niesen, ne? Dann gibt es Gesundheit. Ach ja. Der war flach. Der war absolut flach. Oh, je. Also, der ist mir sogar selber peinlich. Tut mir leid. Ganz ehrlich. Ah. Ja, eigentlich nicht. So. Da war ich überall noch nicht. Da hinten gab es ja einen Schlüssel. So, jetzt muss ich diesen Lift auslösen. Damit ich da oben wieder rauskomme. Dachte ich mir, dass der da aufhört. Nein. Auch nicht. Uiuiui. Da hinten geht es auch nicht weiter. Och, Sama. Was soll denn das mit den Spinnen jetzt die ganze Zeit? Hm, Gesundheit haben die auch keine. Aber hier gibt es wenigstens mehr. Einen mir bitte gerettet. So. Wie geht es da weiter? Gar nicht. Auch nicht schlecht. So. Wo habe ich den Schlüssel gebraucht? Ich habe irgendwo den Schlüssel gebraucht. Den Schlüssel. Du Frick. Nein. Nein. Bam, bam, bam. So. So, verrägt doch. Da gibt's auch nix. Gut. Na toll. Da bin ich ja gerade nochmal glücklich davon gekommen, oder? Ja, würde ich so sehen. Ja, das ist aber auch nicht viel besser. So, und gleich wieder hoch. Und dann können wir jetzt... Summer. Enemy spawning hier, oder was? So, wie das aussieht, werde ich demnächst hopp, 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 scan. Ah. Naja. Das wäre dann eine gute Gelegenheit, um diese Karte abzubrechen. Genau. Bam, bam. So. Immer noch nicht. Äh, ja. Gut, und ich hatte kein Continuum. Warum hatte ich kein Continuum, kann ich ganz klar sagen. Ich hatte deswegen kein Continuum, weil... Weil ich noch keine der Teilaufgaben erledigt habe. So. An dieser Stelle machen wir heute eine kurze Folge. Ich bin eh spät dran. Äh, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und verabschiede mich ganz herzlich. Vielen Dank und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt, sterben für Anfänger... leicht gemacht. Also können wir wanted ... an dieser Stelle vorhten. Und wir sollen es noch nie anfänger ...